moin liebe freunde des fahrkomforts mein name ist timo von harley nord und ich möchte euch hier mal einen unserer gebrauchten freewheeler vorstellen das heißt einen unserer wir haben nur einen und zwar diesen hier freewheeler modell 2018 erster hand 1800 kilometer gelaufen bei uns gekauft und von uns wieder in zahlung genommen einfach weil derjenige das fahrzeug nicht genug bewegt hat und es jetzt wieder loswerden möchte eine 18 zoll scheibe ist hier schon als extra dran gekommen und auch noch eine wunderschöne sissi bar für den beifahrer die man dann aber auch so als fahrer nutzen kann was allerdings nicht erlaubt ist so zu fahren man muss schon die hände am lenkrad haben navihalter ist hier vorgesehen und der neupreis bei diesem fahrzeug lag bei ganz knapp unter 32.000 euro und bei uns ist es jetzt zu bekommen für 28.000 euro werksgarantie ist auch noch bis 2021 da drauf die wir noch verlängern können hinten in diesem wahnsinnig großen kofferraum ist sogar noch eine wunderschöne abdeckhaube die sonst mindestens 300 euro kostet noch mal dazu an diesem fahrzeug ist absolut nichts kein makel außer dass sie 1800 kilometer gefahren wurde und so mit erster hand ist kein einziger kratzer gar nichts die reifen sind neu selten dass wir ein fahrzeug mit reinerem gewissen verkaufen können bei uns kann man sich das fahrzeug angucken derzeit eher schwierig weil wir in zeiten von corona den verkauf geschlossen haben aber kontaktangabe aufnahme via telefon oder online e mail könnt ihr natürlich gerne machen wir freuen uns auf euch bleibt gesund und bis bald und bis bald und bis bald Vielen Dank.